Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir etwas richtig Spannendes für euch. Den Medea Mobiles Klimagerät MPD12CRN7 im Test. Wenn ihr auf der Suche nach einer mobilen Klimaanlage seid, die nicht nur kühlt, sondern auch entfeuchtet und ventiliert, dann bleibt unbedingt dran. Dieses Gerät ist ideal für Räume bis zu 43 Meter Guada und bringt eine Kühlleistung von an 2000 BTU mit. Wir schauen uns heute an, ob dieses Modell wirklich hält, was es verspricht. Dieses Medea Klimagerät ist ein echtes Multitalent. Es bietet drei Funktionen in einem. Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren. Besonders im heißen Sommer ist die 3,5 Kilowatt Kühlleistung ein wahrer Segen, um die Raumtemperatur schnell und effektiv zu senken. Für alle, die nicht nur kühle Luft, sondern auch eine angenehme Luftfeuchtigkeit brauchen, ist die Entfeuchtungsfunktion mit einer Leistung von bis zu 84,4 Litern pro Tag besonders praktisch. So bleibt der Raum auch bei schwülem Wetter angenehm trocken. Ein besonderes Highlight ist die Follow-Me-Funktion. Die mitgelieferte Fernbedienung hat einen integrierten Temperatursensor, der die Raumtemperatur in eurer Nähe misst. Das bedeutet, dass das Gerät die Temperatur automatisch anpasst, damit ihr es immer genauso kühl habt, wie ihr es wollt. Auch für den Schlafmodus gibt es Pluspunkte, denn dieser sorgt für eine besonders energieeffiziente und leise Kühlung. Perfekt für die Nacht. Zusammengefasst bietet das Medea MPD-12CRN7 ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist nicht nur leistungsstark, sondern auch einfach zu bedienen und bietet zahlreiche Funktionen. Wer eine flexible und mobile Lösung für heiße Sommertage sucht, wird hier sicher, finde ich. Wenn euch dieser Test gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal für weitere spannende Reviews. Bis zum nächsten Mal!